Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zur Bekanntgabe des Gewinners vom zweiten Gewinnspiel und ich habe als Hintergrund Days Gone ausgewählt, allein eigentlich wegen der Musik, um euch nochmal zu zeigen, wie geil ich einfach diesen Sound finde, einfach der Hammer finde ich, einfach Augen zu machen, abschalten, Hammer, für mich persönlich, jedenfalls wünsche ich euch auch noch einen schönen Feiertag und hoffe auch ihr habt den Tag schön genossen und dass ihr auch nicht gestern übertrieben habt beim Feiern und damit auch heute einen Kader hattet und selbst wenn ihr wenigstens auch genug Katzenfutter zu Hause parat hattet, oh Gott, Entschuldigung, ja jedenfalls möchte ich mich auch nochmal bei euch herzlichst bedanken für die bisher 91 Abonnenten und auch bedanken für die fleißige Teilnahme an diesem Gewinnspiel, ich hatte auch beim letzten Gewinnspiel ungefähr circa nach einer Woche dann die Bekanntgabe gemacht von dem Gewinnspiel und bei diesem war es aber diesmal so, dass plötzlich immer mehr dazu kam, wo ich dachte jetzt ist vorbei, jetzt ist Ende, kam schon wieder was, schon wieder jemand, schon wieder jemand den Code geschickt, also es war für mich auch schon unglaublich und unfassbar und dadurch würde ich jetzt auch mal zu euch sagen, die dies jedenfalls noch vorgehabt hatten, jetzt bitte kein Code mehr schicken, denn jetzt ist das Gewinnspiel vorbei, denn das Gewinnspiel zählt ja eigentlich auch nur für den Monat, wo er angefangen hat und jetzt haben wir ja sozusagen ja auch den 1. Mai und das nächste Gewinnspiel startet ja dann wieder bald jetzt in diesem Monat und wie ich schon gesagt hatte, das ist ja mein Geburtstagsmonat und bei diesem Geburtstagsmonat könnte es ja sein, wie schon angekündigt, dass es der ein Special Monat sein könnte bei dem Gewinnspiel beim nächsten und da wird es um mehr als 20 Euro Gutscheine gehen, also mehr als ein 20 Euro Gutschein, nicht dass ihr denkt jetzt, komm hier Fernseher oder sowas, ne, 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 sowas hier nicht, ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, starten wir die Bekanntgebung des Gewinners und seid nicht sauer, seid nicht böse wieder, wie letztes Mal war ich richtig stolz auf euch, wie ihr euch verhalten habt, dass ihr es auch wirklich gegönnt habt, dem Gewinner und nochmal für die ganzen Leute, die jetzt neu eingestiegen sind oder neu jetzt mitgemacht haben, bitte gönnt es, denn wichtig ist es auch im Leben, wie schon gesagt, dass man im Leben auch mal was gönnt und seid nicht sauer, seid nicht böse, vielleicht habt ihr halt einfach beim nächsten Mal Glück. Also, würde ich sagen, starten wir, schließt die Augen und hofft, denn der Gewinner vom zweiten Gewinnspiel lautet, falls ich den Namen richtig ausspreche, Sanso, Sanso, ja, herzlichen Glückwunsch, Sanso, Sanso, falls ihr es richtig ausgebrochen habt, wenn nicht, tut mir leid. Ähm, am besten meldest du dich nochmal bei mir und, ähm, dann können wir miteinander schreiben und ich schicke dir dann sozusagen einfach den Code einfach, am besten vielleicht sogar über Insta, einfach den Code, den 20-Euro-Gutschein zu und dann hast du den 20-Euro-Gutschein in the cash, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten, seid nicht traurig, wie gesagt, Leute, ihr habt nächstes Mal wieder die Chance und das Glück ist auch nicht mehr lange hin. Ich denke mal so circa, circa ungefähr maximal in zwei Wochen oder sowas, vielleicht auch schon davor, startet das nächste Gewinnspiel und zwar vielleicht das Special-Monats-Gewinnspiel. Ja, ich bedanke mich jedenfalls sehr fürs Zuschauen, schwing mich jetzt wieder auf mein Motorrad oder ist es da? Ich, ich mach einfach so, denn, denn es ist zu 100% richtig. Schwing mich auf mein Motorrad und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei der zweiten Folge von Days Gone. Macht's gut, Leute und bis morgen oder bei einem anderen Video. Ciao! Mal feel'n view'n mercatische Zeit nãomen Sie Extreme Bis zum nächsten Mal, wir sie shaanno! Ansonida ist noch nicht so, denn actuне murder, können wir n Bald vermだから.